so meine lieben heute fahren wir nämlich zu felix und versendet hat es natürlich nicht heute fahren wir zu felix alles ist natürlich komplett am wird sein fenster putze ich so brauchen wir oder natürlich privatspferde halten wir natürlich nicht ein weil wieso babygirl kanäle gerne reden ja so passen motor ist schon warm irgendwie muss es gehen oder jungs was ist das für ein wetter okay na können wir doch nicht losfahren bruder bruder bist du okay sieht man was natürlich nicht jetzt los 15 genau weiß ich es auch nicht felix heute wäre englisch geplant gewesen dass wir snowboarden gehen ich habe keine ahnung wer sie waren aber chris kurt also hauptsache ich hole jetzt den felix ab und dann schauen wir mal weiter weil dabei weiß ich überhaupt nichts erstens zweitens es ist jetzt gerade richtig scheiße weil ich überhaupt nicht sehr wegen dem nebel also aussichtsweite ist definitiv null ja gut versicherungskarte habe ich eh mit wir sind wieder mit unserem zweispurigen kfz unterwegs ich habe vielleicht jetzt diesen kvlogging zu trend gemacht man es werden viele damit alle anfangen auf dem weg nach mariazell bruder werden wir eh wahrscheinlich deine banger tilo songs hören sind literally ein ghost handiger ich bin so früh dran mann die menschen leben noch nicht ich werde komplett die dmc aid wenn ich das jetzt rennen lassen oder warte ich halt ja nicht hoch ich weiß ja nicht das ist ein bisschen kritisch weißt baby girl was machst du hier um 6 uhr was fährst du gerade um 6 uhr an einem sonntag machst du sport ich habe meinen red bull auf der straße liegen lassen na mashallah soll man zurückfahren der arme felix schon wieder eingepennt mit dem red bull extra mitgenommen ich habe es kurz auf die straße gesettet damit ich die sachen hineinschmeiß und jetzt steht es einfach auf der straße für eine ewigkeit für immer kann ich da ein fahren ausgenommen anrainer was ist das jetzt bruder wir ziehen da rein digga in dein jeep wir sind da felix ich hoffe dass es dein haus ankommen weil sonst ist es mega komisch es ist wirklich mega komisch ja ich bin schon da ne bruder 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 ok ok pass auf jetzt es ist so viel nebel das ist nicht einmal zwei zentimeter vor dir ok und ich bin wirklich um acht da also ich habe mich nicht verspätet ich stehe hinter einem blauen jeep ich weiß nicht das problem ist ich muss schauen dass da keiner kommt aber noch kommen ich weiß es einzige was ich heute gesehen habe war ein fucking radfahrer um sechs uhr auf der autobahn oh mashallah bin ich zum falschen hausgangen bin ich zum falschen hausgangen ok ok jo also felix ist da passt felix ist da ich kann ich kann aufnahme stoppen aber ich weiß nicht schon was man das sehen kann hier ist der mark gerade am bmw gefahren wir sind gerade sind wir natürlich erhaben ja zieht man das vielleicht zum handy 58 minuten ja ein bisschen was haben wir noch vor uns jan fick dich ja holland schon aber auf anliste nein hört nicht oh was klemm es irgendwo ein ja lehn dich nicht auf der sessel licht hinten an mega geil ja 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 sag was nettes ich gehe jetzt essen mit dem mark und mit dem felix und der jan hat den selfiestick ruiniert der felix hat also falls das mag seine eltern sehen die china ich weiß nicht das war der jan ich habe sogar noch die bewahrsmütze von jan er hat gefangen er hat gefangen aber es war witzig leider es ist nicht ein video so ich meine es schaut schon richtig schön aus es schaut schon recht schön aus ja schön ist es boah boah ok das rutscht ne yo we can talk in english we are going to meet now yeah we are here till the morning yeah and that's sick bro we are going to the edelweiss i'll try to read it edelweiss edelweiss and yeah first time in austria we are going to the edelweiss we are going to the edelweiss i'll try to read it edelweiss so the eating is finished it was very great and tasteful fluff a good fluff spaghetti it was too happy yeah i liked it it was very good it had a very nice flavor good it was very enjoyable it was very enjoyable the water was good as well nice water good soup we are going to do a selfie it was very good the pit that is ok that is a bit better Ich habe mich verkannt am Anfang, ich bin richtig weg. Ich bin richtig weg, ich bin richtig weg. Ich bin richtig weg, ich bin richtig weg. Ich bin richtig weg, ich bin richtig weg. Nein, ein Helm ist nicht zurück. Vielleicht habe ich hier eine Schütterung. Wo ist der Mark? Ah, da hinten. Okay, sieht man nicht. Ist oben. Ich bin richtig weg. Ich bin richtig weg. Ich bin richtig weg. Ich bin richtig weg. Ich bin richtig weg.